Hallo alle zusammen. Ich bin der Clemens und das buchstabe ich jetzt mal. CW Computer sind mein Lieblings-Tobby. LW Langeweile habe ich deshalb nie. EW Enkisch komme ich ins 5. Schuljahr. EW meine Hypnotschule werde ich sehr vermissen. EW Englisch macht mir Spaß. EW Nervene Brüder. Ich habe drei. SV Sport mache ich morgen. So, das war's. Ich wünsche euch alles Gute und danke für die schöne Zeit mit euch. Danke schön.